Adrael. Adrael ist einer der Engel. Adrael wird manchmal auch bezeichnet Adriel. Adrael bedeutet Hilfe Gottes. Adrael bedeutet, dass deine Hilfe von Gott kommt. Wenn du etwas brauchst, kannst du dich an Gott wenden. Und diese Kraft, die du spürst, wenn du dich an Gott wendest, um Hilfe zu erbitten, ist Adrael. Oder auch, wenn du aus heiterem Himmel, wenn du nicht mehr weiter weißt und dann aus heiterem oder stürmischem Himmel Hilfe bekommst, die ganz unvermüdet kommt, dann ist das Adrael, Hilfe Gottes.